Hallo, ich bin Maria-Theresa Wendier-Schlenker-Feihi. Ich bin eine Freiwillige Mitarbeiterin für die Nierenkrebsorganisation Kidney Cancer Association. Das Buch mit dem Titel wurde von uns, wir haben Nierenkrebs, von uns herausgebracht und ist unter www.kidneycancerassociation.org zu bezeichnen und Kindleprompt. Jeden Dienstag um 8 Uhr Chicago kann man sich bei Facebook ins Chat einloggen und nein Herren, wer wird das Thema Nierenkrebs erfahren, so wie sich austauschen. Ich bin frei mit der Arbeiterin geworden zu Ehren meines Vaters, Jose Maria Buendier, der seit Wochen Nierenkrebs starb. Wir sehen Sie hier, um Sie zu unterzutätzen. Vielen Dank.